Wie wahrscheinlich ist, dass Donald Trump nächstes Jahr wieder eine Rolle spielt? Ja, mit dem Trump lassen wir uns mal überraschen, ob er das Jahr überlebt. Und Dinge, die zu glossieren sind, wird er bestimmt anstellen. Wir erwarten mal, was er allein heute schon wieder twittert. Vielleicht hat er ja Bilder von unseren Wagen gesehen und gibt uns darauf einen Kommentar ab. Ja, die Figuren sind ja auf dem Wagen fest verankert. Die sind unten mit der Bodenplatte fest verschraubt. Da müssen wir erstmal die Verschraubung lösen, gucken, ob man die Figur von ihrer Größe entsprechend dann umkippen können, umlegen können. Und dann kommt die große Säge, mit der wir dann versuchen, das Styropor zu durchdringen. Da drin sind Eisenstäbe. Wenn wir Glück haben, können wir sie mit der Säge auch erwischen und durchsägen. Ansonsten müssen wir den Kopf sogar hinten nochmal aufschneiden, damit man mit einer Trennscheibe an das Eisen kommt, um da einen Schnitt zu machen. Werden die Politiker dann nach der Politik Zugehörigkeit sortiert oder werden die einfach übereinander gelegt? Die werden auf einen großen Haufen geworfen und da kommen auch schon über die ruhige Phase mal ein paar Mäuschen, die denen am Kopf knabbern. Also da fressen die Löcher rein und bauen ihre Nester da ein. Also das passiert schon. Aber so Köpfe, egal welcher Politiker ist, der ist auch vielseitig nutzbar. Also die können wir dann weiterverwenden und im Schluss machen wir dann Clowns draus. Zugehörigkeit 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 Untertitelung des ZDF, 2020